Ein wunderschön zu Extermination Day, ähm, ja, Level, oder Map 8. Ach ja. Schaut mal, die ganzen Sachen, die im Hintergrund offen sind, beeinflusst nicht zu sehr meine Performance. Ich bin ja mal gespannt. Denn Extermination, der braucht ja nur ein bisschen mehr Leistung als Doom Eternal. Hallo? Ich kann drauf rumkloppen, aber ein Schuss reicht, ne? Wow. Das ist deprimierend. Ich bin nicht noch so schwer. Ach ja. Also letztendlich zum閧 SB1. Halten nicht unsereÍً cowork. Schöning! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Ahem! Ja! Loll! Das musste sein, komm! So! Häh! Häh! Wow! Okay! So! Dann geht's jetzt ab! Ähm... Ja! Okay! Geschafft! Wow! Ja! Jetzt kommt hier wieder die gefährliche Sache! Was machen die da alle? Warte mal! Kloppen die sich da wieder alle mit den, ähm, Los Souls oder was? Da macht das Overlay hier drüber mit den Rohren, das war aber früher noch nicht da oder? Ja! Ja! Das kam jetzt neu hinzu! Kann das sein? Na gut! Auf jeden... Uff! Achso ja! Flick Party! Danke! So! Ja, jetzt wird's spaßig! Ich hab keine Ahnung! Ähm... Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Das war... ... 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 Okay, beide getroffen... Was? Hab ich noch gar nicht? ¯- ... ... sehr schön so habe ich das auch gleich mit dabei das war für das eine sieg wird na ja gut das tut sich jetzt aber noch gar nicht ich lasse es nur ach du bohr alter oh schau mir da an grafikfehler kein grafikfehler grafikfehler ja und die eben hier läuft interessant es kam zu spät ok so und hier muss ich jetzt mit mir aufpassen scheiße ich glaube ich habe mich verkackt ich habe mir gedacht das ding erstmal so jetzt rüberlaufen ja 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 keine chance ich kenne mir gleich diese unsterblichkeit also dieses Das ist die grüne Kugel halt. Unverwundbarkeit, genau. Unverwundbarkeit war das Wort quasi super. Okay. Ich probate, dass meine Stamina da ist, sehr schön. Warte mal kurz, warte mal kurz. Du musst da unten sowieso sterben mit dem Cyber Demon. Von daher plätze ich erst mal gleich hier. Ja, boah, hat gerade so gereicht. Alter Schwede, ey. Da dachte schon der letzte Treffer sitzt. So, na dann kommt mal her. Meine lieben Kubanen. Oh, nein, 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 nein. Ich mache jetzt den da. Ich mache jetzt den da. Ich mache jetzt den da. Und jetzt? Ja, ich mache jetzt den da. Ah, Trap an, Mädels. So... wir haben bereits alle karten lol stimmt ja ich muss die impfgeld erledigen ja gut das war immer wieder gut gelaufen egal das ist auf jeden fall alles richtig gut danke 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 halt ne doch genau hier recht gibt es noch irgendwo Pistolenmunition? ne ne Pistoltypen waren hier keine okay gut dann kommt jetzt der nächste schwierige also wieder das mit der weißen Kugel da perfekt so dann können wir ab in aller Ruhe ins Ziel laufen ja schön war ja eine kurze Map aber die nächste Map wird dafür umso länger das weiß ich oder wenn es also wenn es die Map ist die ich denke dass sie das ist dann wird die nächste Map jetzt dafür umso länger was ja oh ne doch nicht aber trotzdem eine lange Map stimmt ja klar die ganz kurze Map die kommt ja erst nach Portal Test das ist ja so eine Map ähm ja wenn wir soweit sind sage ich schon Bescheid Achtung jetzt kann ich mal eine lange Map gelangen beziehungsweise ihr seht es ja sowieso immer schon vorher unten am Timecode beziehungsweise nicht am Timecode sondern an dem wie das Video ist ja gut haben wir also damit auch wieder geschafft sehr schön dann würde ich mal sagen Schau mit V denn ja waren das nur noch relativ kurze Map mal wieder aber frisch in der Map nice vor allem mit den Cyberdemon